Aline Bachmann macht Riesenfehler wegen des verlorenen Gerichtsprozesses Featuring Solmecke, oh nochmal Soli im Video Und Leeroy what the fuck Ich bin mal gespannt, ob ich bei der Leeroy Thematik eine andere Meinung haben werde als Nero Weil Leeroy wird ja momentan mies weggehatet Und da kann ich schon mal ein bisschen spoilern Ich finde vieles von diesem Hate einfach nur weird Und irgendwie so, yo, gefühlt haten Leute nur um auf den Hate Train aufzuspringen Weil es gerade Trend ist irgendwie so Weil an sich die Videos halt, ja, sind halt random Beauty Videos so Lass uns reingehen, Abfahrt, let's go rein in Nero Video Lass direkt ins erste Kapitel rein, zu verlegen Kommen wir zum ersten Thema Aline Bachmanns wohl dümmste Aktion überhaupt Freunde, Aline... Okay, Aline Bachmanns wohl dümmste Aktion überhaupt, ich bin gespannt Sie hat schon sehr viele dumme Aktionen gemacht Ob es wirklich die dümmste ist, wo tun wir gleich Aline hat in ihrer Online-Karriere schon viel Humbug veranstaltet Darunter auch einiges, was selbstdestruktiver einfach nicht sein könnte Ob es Flex mit Steuerhinterziehung ist Stonks Oder dramatische Selbstinszenierung, die auf einem bereits kollabierten Fundament stattfindet Was sie aber jetzt gerissen hat Da fehlen selbst mir die Worte Okay, ich bin gespannt Es ist wirklich unfassbar Und ich glaube tatsächlich das dümmste, was Aline bis jetzt gemacht hat Und wir wissen alle, das heißt was Erst recht, wenn ich das sage Sie hat auf jeden Fall ekelhaftere Sachen gemacht Aber vom Dummheitsgrad her Das ist schon schwer zu toppen Man höre hin Also erstmal, der ist natürlich automatisch ein Hater Weil er die Gerichtskosten erwähnt Logisch, noch schlimmer Mein Name ist gefallen Was, wie wir alle wissen, in der Alinschen Rechtsprechung Ein Kapitalverbrechen ist Aber jetzt mal zum Kern Ihr ahnt es nicht, wie saudämlich es ist, sowas öffentlich zu sagen Dass sie sich weigert, die Gerichtskosten zu bezahlen Okay, also Aline Bachmann hat den Prozess wirklich verloren gegen Nero Weil dann muss sie ja zahlen Da weiß ich nämlich gerade nicht, wie der richtige, wie der offizielle Rechtsstand ist So, aber er sagt auch gerade Im Video steht auch, warte, hier steht auch Macht kolossalen Fehler wegen verlorenem Gerichtsprozess Also wenn sie den Gerichtsprozess wirklich verloren hat Dann ist es todesstupid, das nicht zu bezahlen Also den Staat zu bescheißen, das mag der Staat gar nicht Sie hat den Prozess nun mal gegen mich verloren Und ich habe eine einstweilige Verfügung gegen die sie Wie ihr wisst, auch schon verstoßen hat Aber mir wurde halt in jedem Punkt recht gegeben Nicht nur hat sie gegen diese Verfügung verstoßen Ja gut, dann ist es sehr stupid Jetzt gibt es ja auch noch öffentlich zu Die Tilgung der Kosten zu verweigern Obwohl sie es könnte Und bei Juristen klingeln jetzt wahrscheinlich alle Alarmglocken Zunächst sollten wir vielleicht betrachten Dieses Trash-Editing von Nero ist halt so Ist halt manchmal funny, oder? Wie zuletzt in einem Video von mir thematisiert Sie die Vermögensauskunft komplett verweigert hat Obwohl sie weiß, dass sie diese Angaben machen muss Und dass eben jenes Verhalten bei mir nicht das erste Mal war Sie hat also mehrfach die Vermögensauskunft verweigert in Kürze Ich habe ein wenig recherchiert, was die Konsequenzen für beides sein können Die Ergebnisse, die ich in diversen Juraforen oder Rechtsprechungen gefunden habe Kamen mir allerdings so ein wenig zu martialisch vor Da war nämlich von, ja, wirklich heftigen Strafen die Rede Ob das so wirklich ist, weiß ich nicht zu 100% Deshalb habe ich mir einen Anwalt geschnappt Und der wird euch jetzt ein wenig was dazu erklären Alright, Sollik ist dran Solli, let's go Wenn ein rechtskräftiges Urteil erstritten wird Demzufolge Aline Bachmann zur Zahlung eines Geldbetrages verpflichtet wird Da muss man natürlich jetzt schauen Wie man Aline Bachmann dazu bewegt Das Geld auch wirklich zu zahlen Und juristisch heißt das Den Titel vollstrecken Nachdem ein vollstreckbares Urteil ergangen ist Und die Entscheidung rechtskräftig wurde Hast du, lieber Just Nero, als Gläubiger Die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Aline Bachmann einzuleiten Zwangsvollstreckung, das ist das Pain Also man sollte immer vorher zahlen, bevor sowas passiert Ja Ich hätte einmal ganz kurz Sorge Einmal ganz kurz Bange Weil, was weiß ich, ich hatte Bange Ich sag mal, okay, ich muss kurz ein bisschen anders ausdrücken Weil ich weiß nicht, was ich erzählen kann Ich habe von Leuten gehört Aus dem ganz weiten Umfeld Dass bei irgendwem mal Ein Inkasso-Büro aus Moskau angerufen hat Die Nummer kann man nicht googeln Und da hatten Leute Bange, die ich kenne Und das ist kein schönes Gefühl Die hatten kein schönes Gefühl, die Leute Die das hatten so Und generell, Zwangsvollstreckung Wenn Leute vor deiner Haustür stehen Die sagen, ja, wir wollen das Geld haben Oder wir nehmen Sachwerte mit Das macht, glaube ich, keinen Spaß Das macht, glaube ich, gar keinen Spaß Das Problem ist nur Sofern keine Informationen Wie zum Beispiel eine Bankverbindung Oder Arbeitgeber von Aline bekannt sind Na, da muss der Gerichtsvollzieher Mit der Abnahme der Vermögensauskunft Beantragt werden Und der Gerichtsvollzieher Der wird dann eine Frist von Zwei Wochen zur Zahlung der Forderung setzen Und sollte Bachmann der Aufforderung nicht nachkommen Danach sieht es ja aktuell leider aus Wird der Gerichtsvollzieher versuchen Die Vermögensauskunft abzunehmen Da muss Aline Bachmann Ihr vollständiges Vermögen Alle Einnahmen und alle Ausgaben Einfach offenlegen Ja, falls fändbares Vermögen vorhanden ist Kann der Gerichtsvollzieher Sofort eine Pfändung Dieser vorhandenen Gegenstände veranlassen Also das heißt dann so Dass ein Fernseher mitgenommen wird Oder ein PC oder sowas Aus dem Verzeichnis Ersichtliches Vermögen Aus zum Beispiel Kontoguthaben Oder Gehalt Kann dann im Rahmen eines Pfändungs Also solltet ihr das Geld nicht haben Dann werden Gegenstände noch gefändet Überweisungsbeschlusses gefändet werden Du, Justin Ero Muss mit den Kosten der Vollstreckungsmaßnahmen Leider in Vorlage treten Und das ist für jemanden Der nicht regelmäßig solche Verfahren durchführt Echt schwierig und meistens auch teuer Das ist auch das Ärgerliche daran Dass man erstmal natürlich in Vorleistung treten soll Aber ich glaube, Nero geht safe in Vorleistung Wenn du Aline die Vermögensauskunft nicht abgeben Dann könntest du einen Haftbefehl gegen sie erwirken Und im Worst Case Ich weiß herausgekommen, dass die Vollstreckungsschuldnerin Seit dem 1. November Eine Eintragung nach Die Vollstreckungsschuldnerin ist ihrer Pflicht Zur Abgabe einer Vermögensauskunft nicht nachgekommen Sodass die Vollstreckungsbehörde Hier Gerichtsvollzieher entsprechend Eintrag In der Schuldenaufgabe Ich glaube, Aline Bachmann macht sich gerade richtig selber kaputt Weil wenn sie später mal irgendwann Kredit braucht und sowas Das wird safe alles in ihrer Arktis stehen Dass sie halt da nicht bezahlt hat Wenn man mal Geld braucht, dann kriegt sie das nicht Könnte sie deswegen Wegen einer nicht abgegebenen Vermögensauskunft sogar im Knastland Ja, aufgrund Wenn dann das Vermögensverzeichnis da ist Gut, Knast glaube ich jetzt nicht bei ihr, aber andere Konsequenzen Es muss aufgrund der vorhandenen Informationen aus diesem Verzeichnis abgewogen werden Inwieweit sich weitere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen überhaupt lohnen für dich Und wie die Erfolgsaussichten zu beurteilen sind Man muss also immer auf die Wirtschaftlichkeit schauen Und eventuell ist da wirklich nichts zu holen Dann sollte man die Sache auch erstmal nicht weiter betreiben Doch bevor es weitergeht, habe ich eine kleine Herzensangelegenheit Das habe ich schon geguckt, Freunde Weil ich hatte ganz kurz das Video reingeskippt Also ich kannte den Part von gerade nicht Aber hier stand irgendwie unbezahlt, aber richtig und wichtig Hier macht er Werbung für einen Schnittkurs von seinem Cutter Deswegen, Freunde, falls ihr Bock auf diesen Schnittkurs habt Gönne ich natürlich hier Cutter, Code Nero Spart ihr 15%, die ist das nochmal Aber weil ich weiß, weil ihr es im YouTube-Viewer eh alles skippen würdet Machen wir jetzt hier mal weiter Aber ansonsten gönnt euch das gerne Ich bedanke mich schon mal bei denen, die das Ganze unterstützen Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung Und damit weiter im Text Nächstes Thema Leroy hat mal wieder ins Klo gegriffen Okay, ich bin gespannt Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt einer Meinung mit Nero sein werde Weil ich finde diese Kritik an Leroy ein bisschen hart momentan So auf Twitter ist ganz fun Hier auf Twitter gibt es irgendwie so lustige Memes Dass Leroy irgendwie richtig weirde Gäste zu sich einlädt So, das ist ganz funny auf Meme-Basis Aber, und auch die Kritik an Leroy bei diesem Trans-Video War berechtigt auf jeden Fall Aber ansonsten denke ich mir so Bro, der macht halt einfach Unterhaltungsvideos Die Videos haben jetzt keinen ultimativen Nährwert Außer ein bisschen Infotainment Ein bisschen Informationen, wo es uns geht um Unterhaltung halt Die Vorfälle und gerade die Kritik, die Leroy entgegengebracht wird Häuft sich zunehmend mehr und mehr Damals fand ich ihn eigentlich noch ganz cool Mittlerweile, na, weiß ich nicht Der Kanal ist irgendwie zu einer Wir nehmen Leid anderer und schieben sie dahin, wo es richtig viele Klicks gibt Die Maschinerie verkommen Mich beschleicht immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Das Gefühl, dass Einzelschicksale nicht mehr im Vordergrund stehen Sondern lediglich, wie man jenes Thema am besten ausschlachten kann Das Ding ist, was ich mir bei dem Thema denke Diese Menschen haben sich freiwillig dazu entschieden Bei den Leroy-Videos mitzumachen Und wussten, auf was sie sich einlassen Das sind erwachsene Menschen Und ab dem Zeitpunkt finde ich es okay Solche Videos zu machen Weil Leute klicken es an Leute finden es oft mal interessant Einfach so So klar, arbeitslos gegen Arbeitgeber Das ist halt, das ist kein Informationsvideo Das ist ein Unterhaltungsvideo Das ist halt, das machst du dir an, während du kochst Oder Wäsche machst oder sowas Das ist, da ist kein Riesenanspruch hinter Aber, ja Rechnet sich unter anderem durch, wie es auf mich wirkt Teilweise empathieloses oder deplatziertes Verhalten Leroys ab Ebenfalls wirkt es langsam so, als wäre sein Volk Empathiebewusst ist ein krasses Wort Das, ja, ist man weiß Format Das Treffen Nicht mehr dafür gedacht, konträre Meinungen und Sichten aufeinander prallen zu lassen Sondern ohne das despektierlich zu meinen Und das ist auch nicht meine Sicht Ich betone es lieber zweimal Ich sehe das nicht so Es kommt mir so vor, als würde Leroy aus den Schicksalen dieser Menschen Einfach nur eine moderne Freakshow machen wollen Es wirkt einfach nur noch wie Sensationsgeilheit Mensch X leidet darunter Den setzen wir jetzt einfach mal mit Mensch Y Der das und das Problem hat in einen Raum Weil die haben ja beide was Schlimmes erlebt Es ist natürlich keine Wie gesagt, wollte ich das damit nicht ausdrücken Es wirkt aber so aufbereitet, als wäre es eben eine Hä? Ist er jetzt der Meinung oder ist er nicht der Meinung? Er sagt irgendwie das? Sagt dann aber, er ist nicht der Meinung? Die Schicksale stehen Also es wirkt so, aber es ist nicht so Null im Vordergrund Ich nenne euch mal ein paar Beispiele von Videos, die ich jetzt nicht so förderlich fand Einige davon halt auch einfach nur komplett sinnlos Teignast trifft deutsche JVA Wow, zwei Leute, die im Knast saßen Naja, aber das Guck mal, das meine ich jetzt gerade Es wird kritisiert Okay, wow, zwei Leute, die im Knast saßen Aber an sich finde ich es spannend Jemand aus der deutschen JVA, der in der deutschen JVA saß Trifft jemanden, der im Teignast saß Die, wenn man sich mit Gefängnissen ansetzen möchte Wenn man sich mit Wie sind Gefängnisse in bestimmten Ländern Finde ich es eigentlich interessant Und das meine ich nämlich jetzt gerade mit Die Kritik fühle ich nicht Weil das ist ein Video, das hätte ich mir wirklich angemacht So, weil ich finde es Ich finde es eigentlich ein spannendes Thema Ich kenne das Video nicht Weiß nicht, ob Leroy da drin irgendwie scheiße gelabert hat Keine Ahnung Aber das ist dann ja ein anderer Kritikpunkt Weil aber an sich, ne Wie ein deutscher Knast Weil ein deutscher Knast Wird wahrscheinlich deutlich geordneter sein Als ein Teilknast Und es ist spannend Ich habe auch früher auf NTV und sowas So Knast-Dokus geguckt Wie Knast in Indonesien ist Wie Knast in Amerika ist, dies, das Ich fand das damals auch schon spannend So hier N24, NTV und so ganzen Bums Auch die Teilnehmer des Videos sympathisch waren Hä, was Was bringt das? So, ich habe halt einen gewissen Anspruch an Funk-Content, ne Guck, und das meine ich mit Ich fühle diese Kritik an Liedromer Momentan nicht Es ist nicht an Es ist kein Diss jetzt an Nero So, wenn das fühlt, ist ja okay Aber, come on Das ist ein Unterhaltungsvideo Das ist halt so Klar, das ist jetzt kein Investigativjournalismus Aber da unterhalten sich zwei Leute Und that's it Das ist ja auch Also, Kritik Weil man Content nicht interessant findet Finde ich so Ja, Bro, dann guckst du halt nicht Also, das ist ja Wenn es niemandem schadet Warum dann Kritik äußern? Wenn man nicht lügt Warum man Kritik äußern? Also generell Wenn man Kritik äußert Muss es ja immer Was heißt immer? Nicht immer Aber muss es Aber sollte es Also Wie beschreibe ich das jetzt? Kritik macht man ja Um irgendwas besser zu machen Oder halt damit Leid weniger wird Dafür äußert man ja Kritik unter anderem auch Und das ist ja da nicht gegeben so Und wenn Leroy es cool findet JVA und Teichnast zu vergleichen Dann kann er es ja machen Das ist schade da niemandem Ne? Ich sag schon Das ist so Da erwarte ich was Hauptschüler trifft Abiturient Verpackt wie Guck mal So ein dummer Trottel trifft einen Schlauen Ja, ich weiß nicht Wie das Video aufberatet ist Aber ich glaube nicht Das ist auch spannend Das ist eigentlich Eigentlich finde ich das sogar gut Warte mal Ihr seht es gerade nicht richtig Ich mach mal kurz nach unten Eigentlich finde ich es sogar sehr gut Dass es sowas gibt Weil ganz for real Ich bin in meiner Bubble Wenn sich bestimmte Zuschauer Ja getriggert fühlen Weil ich jetzt auf Bubble sage In meiner Bubble Come on Freunde Ich bin nur Mit Akademikern umgeben So Also was heißt nur Aber so viel bin ich mit Akademikern umgeben So Leute die studiert haben Oder halt mindestens Abitur haben Bin ich so viel umgeben Und es ist eigentlich cool Dann mal Hey Wie ist es da? Wie ist es da? Weil ich weiß nicht Wie es auf einer Hauptschule ist Also es wirkt gerade wie Ja Ich fühle das Video nicht Ich finde es nicht spannend Deswegen kritisiere ich es Und das ist so Ja Bro Es gibt halt so viele Milliarden Keine Ahnung wie Das ich nicht interessant finde Aber das heißt ja nicht Dass ich sie kritisieren würde So Also Vor allem Er kritisiert ja nur den Titel vom Video Und nicht den Inhalt jetzt gerade Was da passiert so Weiß ich nicht Fühle ich nicht Fühle ich nicht Aber ist ja okay Kann ja jeder anders sehen Das ist ja Ganz kurz Mal zu sagen Leroy darf das Nicht interessant finden Gleichzeitig darf ich aber auch sagen Dass ich das eigentlich gar nicht so schlimm finde Und eigentlich cool finde Dass es so einen Content gibt Schlauen Mobber trifft Mobbing-Opfer Der Mobber soll übrigens Carsten Stahl sein Weil der hat damals mal jemanden gemobbt Weil er gemobbt wurde Mittlerweile ist es ein Markenzeichen Neben polemischen Bull-Affen-Meme Ähm Anti-Mobbing Warum sitzt er also da? Hä? Wäre es nicht sinnvoller Da jemanden sitzen zu haben Der gerade aktiv Mobbing betreibt Anstatt jemanden Der genau das Gegenteil tut Und nur dabei ist Weil man seinen Namen irgendwo kennt Und das ein paar Klicks verspricht Naja Jemand der gerade aktiv mobbt Wird wahrscheinlich nicht dahin gehen Da kommen ja auch kein aktiver Nazi Sondern Ex-Nazis Aber ja okay Den Punkt kann ich jetzt Zumindest ein bisschen verstehen Von Nero Aber an sich ist es halt Es ist halt Kritik an der Aufbereitung von Videos Die aber irgendwie In der Entscheidungsgewalt von Leroy legen Und Außerdem könnte man Wie er gerade im Chat auch gut sagt Jemand der gerade aktiv mobbt Möchte man dem an der Bühne geben Möchte man jemandem Der gerade wirklich aktiv mobbt An der Bühne geben Und der sich dann vielleicht geiler fühlt Genauso wie Dass man keinen AfD-Lader einlädt Das kann man an Leroy kritisieren Dass er einen AfD-Lader einlädt Und dem die Bühne gibt Das auf jeden Fall Aber Möchte man jemandem eine Bühne geben Der auch gerade wieder mobbt Es ist halt einfach nicht mehr zielführend Es wäre ja kein Problem Den einzuladen Und auch Klicks zu wollen Das ist völlig cool ne Will ich auch Aber in der Konstellation Mit dem Thema Ist es völlig sinnbefreit Selbst weil am Thema vorbei Da sitzt kein Mobber Da sitzt ein selbsternannter Anti-Mobbing-Jesus Mit einem der gemobbt wird Interessant wäre es gewesen Die akute Perspektive Eines Mobbers zu haben So Da gibt es halt noch viel mehr Da würde ich zum Beispiel Das würde ich jetzt Sehr doll an Nero kritisieren Weil Gibt doch keiner Person Die gerade aktiv Leute runter macht In der Plattform Wie dumm ist das denn Also das Das Video würde ich Wenn Leroy das machen würde Würde ich das kritisieren Weil das ist scheiße Imagine Du wirst von jemandem gemobbt Und der hat plötzlich Eine Million Views auf YouTube Und weiß nicht Zeigt sich vielleicht einsichtig Und sagt ja okay Schon doof von mir Ich mobbe hier alle Feiern ihn Und der mobbt dich in der Schule weiter Und du denkst dir so Bruder dieser dumme Hu Bekommt eine riesige Plattform von Leroy Alle feiern ihn ab So obwohl es ein richtiger Wichser ist Nee Nicht machen Mehr solcher Dinger BVB Fan trifft Schalke Fan Toll Funk Super Das meine ich halt mit Komm Es ist halt random Unterhaltungskontent Das hat ja Keinen riesigen Anspruch An Journalismus Genauso wie Unsere Videos Nero Das ist ja auch nichts Krass Journalistisches Was wir hier machen So Ne Also Klar irgendwo zählt es unter Journalismus Weil alles ist irgendwie Journalismus Aber Weißer nicht Es ist halt ein Verhandlungsvideo Ist doch okay Wenn man Dortmunder mit Schalke in den Raum setzt Und die finde ich kacke Ich echauffiere mich hier nicht mal über Funk direkt Ich echauffiere mich darüber Dass das bei Funk ist Das hier ist so ein bisschen die Definition davon Was ich am Anfang meinte Touretter trifft Stotterer Das Video ist nicht sinnvoll auf Dialog ausgelegt So vor allem die Aufbereitung Auf mich persönlich wirkt das wie Hier ist jemand Der hat Tourette Ne Und einer der stottert Also der mit Tourette Der könnte sich über Über Stottern lustig machen Ne Bitte klickt mich an Alt trifft Jung Ja aber Tourette stitscht Oh man Ich hab immer nur gemacht Einen Joke im Kopf man Tourette trifft Stotterer Ist bei beiden nicht mehr so Aber das Video Haben wir damals auch schon gedreht Freunde Ist es actually dieses Video Es ist nicht mehr so Freunde Es ist ja beide Beide Seiten haben sich ja Haben sich ja Haben sich ja verändert Und Fortschritte gemacht Aber das ist Basically das Video Tut mir leid für diesen dummen Joke Aber ja Darum sonst aber auch Eigentlich gar nicht Aber das ist doch ein gutes Video Alter man trifft Jungen Hä die können sich unterhalten Was deren Weltansichten sind Das ist doch geil Warum Warum kritisierst du das Leroy Ach Leroy Warum kritisierst du das Nero Das ist ne gutes Das ist was Gutes Dialog ist was Gutes Vor allem alte Menschen Und junge Menschen Können sich gegenseitig oft nicht verstehen Das ist was Geiles Das es gibt Und dieses Ja okay Ist es nicht das Krasseste Journalistische Video der Welt Ja natürlich ist es das nicht Aber es ist cool Dass es das gibt an sich Ich finde das Kann man ja loben Ich weiß jetzt nicht Wie das Video ist Wie krass gut das aufgemacht ist Aber an sich Nur weil es kein Investigativjournalismus ist Warum Warum wird es jetzt kritisiert Ich check das nicht so Weil Dann müsste man auch Jedes Video von mir kritisieren Weil ich auch kein Investigativjournalismus mache Ich habe zweimal In meinem Leben Investigativ gemacht Hat auch beides mal gut funktioniert Aber das war es ja auch Gehen Sein vorletztes Video Ist mir extrem sauer aufgestoßen Wie ist das Klimaaktivist zu sein Theoretisch läuft in diesem Video So viel schief Okay Ich kenne das Video nicht Also Titel ist ja erstmal Okay Dass ich erst ein eigenständiges Video Darüber machen wollte Es fallen halt Aussagen Die in meinen Augen Absolut grenzüberschreitend sind Und natürlich Wie leider häufig Bei Leroy Unmoderiert bleiben Gut das kann ich natürlich Jetzt gerade nicht einschätzen Was da ist Das kann natürlich sehr gut sein Dass da Aussagen drin sind Die absolut nicht gehen Selbst andere Klimaaktivisten Sollten sich davon In meinen Augen Distanzieren Was diese Frau Davon sich gegeben hat Stellenweise Das Problem dieser Nicht-Moderation ist Dass Sachen halt einfach Nicht hinterfragt werden Das kann man bei Leroy Auf jeden Fall kritisieren Weil Leroy Hat oftmals so Aha Mhm Interessant Und weiter geht's mit dem Video Das was ja auch bei dem Transvideo war Was viele kritisiert haben Sieht mehrere Schwierigkeiten mit sich Dinge die nicht stehen gelassen werden sollten Weil sie nicht vertretbar sind Werden stehen gelassen Oder Aussagen Die einfach nur unsagbar dämlich Kommuniziert wurden Und potenziell gar nicht so gemeint sein könnten Werden nicht gerade gestellt Das kann man auf jeden Fall kritisieren Das safe Übrigens mal aufs generelle Bezogene Nicht nur auf dieses Video hier gemünzt Ich hab mir elf Timestamps rausgesucht Damit das hier aber nicht ausufert Gehe ich nur auf ein paar davon ein Wir fangen direkt mal mit einem richtig dicken Ding an Tink Die Aktivistin Die bei Ende Gelände und Letzte Generation ist Wird gefragt Warum sie ihren vergangenen Aktivismus Als so heftig empfindet Sie war halt unter anderem In Lützerath und sonst wo unterwegs Dazu sagt sie folgendes Kannst du mir das beschreiben Warum das so heftig war? Also für mich persönlich Hat sich das so ein bisschen angefühlt Wie im Krieg Wir gegen Die Polizei Die diesen Konzern schützt Der unsere Zukunft kaputt macht Für die Aussage solltest du dich Wirklich schämen Ja es ging dort durchaus heftig zu Das will ich gar nicht abstreiten Aber hast du sie noch alle Das mit Krieg zu vergleichen? Das ist unfassbar pietätslos Ich weiß nicht Ob man sie für diese Aussage So krass fertig machen sollte Also ich weiß nicht Was sie sonst gedroppt hat Aber bei der Aussage Ich hab ja Videos gesehen Ich weiß ja was Ende Gelände gemacht hat Und sowas Und ich hab ja auch Ich kenn auch eine Person Die bei Ende Gelände Mal mit dabei war und sowas Und die Person hat mies auf die Fresse bekommen Die Person hat stundenlang Nicht richtig sehen können Weil die Pfefferspray in der Fresse hatte Und dann kann ich verstehen Wie man eine Aussage trifft Es hat sich angefühlt wie im Krieg Natürlich ist Krieg viel krasser Aber jetzt so eine random Aussage von Hey es war echt heftig Wir haben auf die Fresse bekommen Leute haben mit Gasen Und Pfefferspray Und auf uns geschossen Dies das Sie hat ja jetzt nicht relativiert Sie hat ja nicht gesagt Ja es ist genauso schlimm wie im Krieg bei uns Sondern es hat sich ja angefühlt wie im Krieg Finde ich nicht so krass Jetzt die Aussage Ich weiß nicht Also finde ich jetzt nicht so unendlich schlimm Aber ist auch nur meine Meinung Ob sie mitbekommen hat Was gerade so Richtung Osten von uns passiert Natürlich ist das ja viel schlimmer Das wird sie auch nicht bestreiten Aber ja es ist halt eine vielleicht etwas unüberlegte Aussage Wegen der Ukraine gerade Aber es hat sich angefühlt wie im Krieg Wenn Leid dort stattfindet Menschen werden ihrer Heimat beraubt Familien werden zerstört Und auseinandergerissen Unfassbar schlimme Kriegsverbrechen finden statt Und sie hat den Nerv Das mit ihrem Aktivismus in einem Satz zu nennen Es ist nur meine Wahrnehmung Korrigiert mich bitte Ja ich kann es verstehen Dass man es so sieht Ich sehe es nicht ganz so schlimm Aber das wirkt Aber es ist unüberlegt So etwas zu sagen auf jeden Fall Auf mich fast wie eine Kriegsrelativierung Ne das würde ich nicht sagen Ich glaube nicht Dass sie sagen würde Ich glaube nicht Dass sie sagen Jemals von sich geben würde Das was wir erlebt haben Ist genauso schlimm wie im Krieg Das glaube ich nicht Sie sagt es ja wortwörtlich Für mich persönlich Hat es sich ein bisschen angefühlt wie Krieg Das Video ist übrigens unten verlinkt Ihr könnt es euch gerne in Gänze anschauen Falls ihr den kompletten Kontext sehen wollt Kriegsvergleiche sind in meinen Augen So gut wie niemals in Ordnung Nie Mich beschleicht manchmal das Gefühl Dass Leute die sowas von sich geben Gar keine Vorstellung haben Wie schlimm das eigentlich alles ist Was dort passiert Das ist mies schlimm Aber das was man halt sagen muss Ist dass sie von ihrem Gefühl geredet hat So Das hat sich ein bisschen angefühlt wie Krieg Ist nicht Das war wie im Krieg Es hat sich so angefühlt Das ist ein Gefühl Und Ne ich fühle die Kritik nicht Irgendwie nicht Also Aber Leeroy Ich kann es verstehen Dass er das irgendwie so sieht Aber ich fühle es für mich nicht Das Ganze natürlich anständig moderiert Und ihr gesagt Ne ne So geht das ja aber nicht Er entgegnete rhetorisch versiert Okay Da kam nichts Er hat einfach nur okay gesagt Naja was erwartet man von dem Moderator Der in seinen Faktencheck Über die NS Zeit gesagt hat Dass der Österreicher mit der Frisur Faschismus erfunden hat Bei einem Faktencheck Okay das ist dumm Lol Leeroy fand die Aussage mit dem Krieg Übrigens so toll Oder so hörenswert Dass er sie ohne Kontext An den Anfang des Videos geschnitten hat Quasi als Teaser Könnte man das als Brunnen vergiften werden Ne Weiß ich nicht Wenn man das schon so vorzeigt Wäre es vielleicht auch sinnvoll Dass ganz eventuell In dem kommenden Part In dem das stattfindet Eine Aufbereitung stattfinden zu lassen Ein weiterer Part Der mir unfassbar sauer aufgestoßen ist Ist folgender Musst du irgendwie Bist ein Feuerwehrmann Und hast gerade einen Einsatz Oder bist du eine Krankenschwester Und musst auf die Intensivstation Zu deiner Schicht Und wenn das halt eben Wirklich zutrifft Und die Leute uns das auch Wirklich ehrlich sagen Und uns jetzt nicht Komplett nervig Und asozial behandeln Dann lassen wir die schon auch durch Genauso wie Rettungswägen Das ist mal wieder Peak Definition Utopische Moderation Okay Du hättest das von Jeremy Pascal Aus der 4B moderieren lassen können Und es wäre ein sinnvollerer Diskurs Dabei rumgekommen Da das nicht vernünftig diskutiert Und hinterfragt wurde Ist jetzt folgendes Bei mir hängen geblieben Die lassen Feuerwehrmänner Die zum Einsatz müssen Und Intensivpflegepersonal Nur durch Wenn sie ganz ganz nett Bitte bitte sagen Und pat pat auf den Kopf gemacht wird Sollten die es wagen Die Feuerwehrmänner Die zum Einsatz Leben retten müssen Oder die Intensivpfleger Die Leben retten müssen Ja wenn die es nicht wagen Nervig zu sein Oder halt asozial Lassen die die trotzdem nicht durch Das ist bei mir hängen geblieben Moderation wo Hm das ist irgendwie Nicht bei mir hängen geblieben Bei mir ist irgendwie Jetzt hängen geblieben Dass die Feuerwehrwagen Und Leute durchlassen Wenn die Da durch müssen Also klar Was kann der Bale gesagt Genau das was kann der Bale sagt Ja kann man besser machen Finde den Punkt Aber sehr überzogen Dargestellt von Nero Ja so finde ich es auch gerade Hm Frage ist jetzt Lassen die Menschen Wirklich nicht durch Die gerade Leben retten wollen Weil sie frech werden Wenn ja warum wird das so stehen gelassen Es wäre im mindesten angebracht Da mal hart kritisch nachzubohren Oder war das einfach Ein rhetorischer Supergau Und sie hat einfach geblubbert Ohne nachzudenken Bei mir ist wie gesagt Ersteres hängen geblieben Ein Beispiel hätte ich noch für euch Und das ist Naja ehrlich gesagt So das härteste Meiner Ansicht nach Es geht um die Frage Was ist wenn ein Mensch 100%ig nur Durch die Straßenblockade stirbt Tink selber sagt Dass sie persönlich Sich nicht festklebt Aber dann folgt Diese Aussage hier Klar ist es dann eine Person Böse gesagt Aber Es gibt halt dafür Millionen von Menschen Die auf der Welt Wegen dem Klimawandel sterben Und ob das jetzt Eine Person in Deutschland ist Oder 100 Leute irgendwo In einem Buschfeuer sterben Oder so Ähm Ist halt dann Die Abwägungsfrage Ich hab so viele Probleme damit Es ist unglaublich Ein sehr großes davon Ist im Übrigen Dass Leeroy Matata Vielleicht nicht Die richtige Plattform ist Um das Trottie Prinzip Zu debattieren Ja das ist ein generell Sehr großes Philosophisches Problem Also Es gibt keine Revolution Ohne Opfer Das ist ein ethisches Riesiges Problem Was wir hier haben Freunde Es ist ganz schwierig Es ist ganz 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 schwierig Kurze Erläuterung Wie verhält man sich Ein Zug wird 5 Menschen überrollen Und sie können nur gerettet werden Wenn du die Weiche verstellst Durch deinen persönlichen Angriff Wird aber ein anderer Mensch sterben Ja Die Frage wirkt zunächst Einfach zu beantworten Ein Leben für 5 Ne Aber so einfach ist das Ganze nicht Ne so einfach ist es nicht Weil du hast aktiv die Person umgebracht Aber es gibt Leute Die würden das machen Das ist ein hochkomplexes Ding Inwiefern es in Ordnung ist Durch einen persönlichen Eingriff Leben zu retten und zu nehmen Wie gesagt ist Leeroy Deshalb auch nicht die richtige Bühne dafür Intellektuelle Debatten Sucht man eigentlich woanders Ich maße es mir übrigens auch nicht an Hier fachgemäß richtige Antworten zu liefern Dazu bin auch ich wahrscheinlich nicht in der Lage Ich kann nur meine Gedanken ausschweifen lassen Aber im Falle von dem Leeroy Video hier Ist es wirklich nochmal was ganz ganz anderes Die Voraussetzung dafür ist ja Dass durch ihren Protest Zu 100% 100% Garantiert Mehrere Menschenleben gerettet werden Diese Voraussetzung haben wir Damit man dieses Prinzip darauf anwenden kann Wenn wir von Menschenleben reden Sollte halt nicht mit Eventualitäten jongliert werden Ich glaube Ich meine aber zu wissen Dass niemand durch die Klimakleber gestorben ist Eine Frau wurde mal spekuliert Ob sie gestorben ist Aber die Rettungstrefte meinten Die wäre so oder so gestorben Also die Klimakleber Haben da irgendwie was verzögert Aber die meinten Die wäre so oder so tot gewesen Vielleicht kann man sogar sagen Dass durch die Klimakleber Menschen gerettet wurden Weil weniger Autounfall Gebaut worden sind Das könnte man Das könnte auch theoretisch sein Das weiß man aber nicht Weiß man natürlich Alles eine Vermutung hier Eventuell ein Menschenleben rauben Für nicht zu 100% garantierten Erfolg Ne Ihr versteht Es gibt durch Ausfallbeispiele Das durch Proteste Lokalpolitiker Verhandlungsbereitschaft gezeigt haben Aber wo rettet das jetzt bitte direkt Leben Das hilft der Familie Die gerade einen geliebten Menschen verloren hat Halt auch nicht weiter War das gerade ein Anflug auf die polemische Landebahn Kurz mal in Stahl gemacht Ohne dieses wäre rumgebrüder Kann man ebenso auf die andere Perspektive münzen übrigens Wenn ich mal strategisch versuche Mich da rein zu versetzen Das kann nur schief gehen Um wirklich etwas zu bewirken Sollte man doch erst einmal Erhöhte Priorität haben Menschen in großen Zahlen Auf die eigene Seite zu führen Ja Das große Problem ist Bei einem Klimathema Die Leute haben keinen Bock Darüber zu reden Deswegen muss man mit irgendwelchen Themen polarisieren Dass Leute draufgezogen werden Das ist das Problem Ich finde auch Dieses auf die Straße kleben Ist nicht die richtige Methode So Aber Also es ist Es ist negativ und positiv gleichzeitig Ich finde Es gibt bestimmt bessere Sachen Aber Was man sagen muss Es wird über das Thema gesprochen Es wird über das Thema in der Politik gesprochen Das ist ja das was sie wollen Mehr wollen sie ja erstmal nicht Stellen wir uns jetzt einfach mal 100 Menschen vor Die durch Straßenblockaden im Stau stehen Was schätzt ihr Wie viele werden sich denken Ja man Eigentlich haben die ja recht Wahrscheinlich Kaum bis gar niemand Ja das auf jeden Fall Die Leute sind genervt Ich wäre auch übertrieben genervt 100%ig wäre ich übertrieben abgefuckt und genervt Das Ding ist aber Es ist halt am nächsten Tag in der Zeitung Und das wollen sie ja Selbst wenn Polarisieren Wie man von der Prämisse ausgeht Dass sie recht haben Menschen mögen es überhaupt nicht Von ihrem aktuell vor den Augen schwebenden Ziel abgehalten zu werden Ich wäre auch mies mad Aber Gleichzeitig bin ich auch Beeindruckt Wie weit diese Leute gehen Wie weit die Leute mit dem Aktivismus gehen Ich bin Es ist halt Dinge sind nicht immer nur gut oder schlecht Dinge können auch beides sein Ja dann Das gefahrt damit Dass menschliche Gehirne nur schwer imstande sind Eine schleichende Gefahr Die dir nicht gerade akut wahrnehmbar In die Fresse hämmerte Richtig auffassen zu können Das hat ein wenig was von einem Frosch Der in sich langsam erhitzendem Wasser sitzt Und nichts bemerkt Bis es einfach zu spät ist Bei der allgemeinen Bevölkerung Ist wahrscheinlich einfach Sogar mit dem Gegenteil zu rechnen Die sind dann angepisst Und es treten trotz Reaktionen ein Möglicherweise sind die Leute Dann sogar so abgefuckt Dass das typische Augenrollen Und verallgemeinern Spiel losgeht Wenn es dann mal zu einer Klimaschutzdebatte kommt Ich halte da Aufklärung Für ein probateres Mittel Ich verstehe sogar irgendwo Teilweise das Argument Dass man so sieht Dass laute Proteste Effektiver sein mögen Ich verstehe worauf man da hinaus möchte Aber man sieht halt An der Bewertung des Leeroy Videos Wie das Boah Okay 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 Die wird richtig mies weggehatet Der Mehrheitsgesellschaft ankommt Und die sollte man doch Irgendwo einfach versuchen Mit zu überzeugen Ja auf jeden Fall Ich bin da Da bin ich Neros Meinung auf jeden Fall Also das Klima Ding Also die Klimakleber Ist halt so Ja es ist cool Dass sie aufmerksam machen Auf das Problem Aber wie sie es machen Und dass die Leute abfacken Dass eine Trotzreaktion passiert Auch nicht so geil Weiß nicht Keine Ahnung Ich hab auch Es ist halt gut und schlecht gleichzeitig Mehr Meinung hab ich da nicht zu irgendwie Gleich nah war ich ja auch gerade Den größten Bullshit Ich hab keine Ahnung Ist nicht mein Fachgebiet Und ich bin ein Laie Der einfach gerne mal So ein bisschen rumspielt Und sich versucht Taktisch in andere rein zu versetzen Ist das nicht ein bisschen Wie bei der militanten Veganerin Äh ja Kann man vergleichen Militante Veganerin Auch ähnlich Polarisiert des Todes Es sind auch wahrscheinlich Sehr viele Leute Wegen ihr Veganen geworden Aber bestimmt Dachten sich auch ein paar Leute Ich hab keinen Bock Auf Vegan werden Weil dann werde ich mit ihr In einen Topf gesteckt Wird beides passiert sein Aber was man ihr wieder Zu gut halten muss Auch wenn die Frau Mich übertrieben abfuckt Dass sie auf das Thema Veganismus aufmerksam macht Die macht das Thema groß Das muss man ihr wieder Zu gut halten Auch wenn sie mich übertrieben nervt Wahrscheinlich wäre es einfach besser Wenn ich bei meiner Z-Promi-Kritik Bleiben würde Anstelle von Strategiebesprechung Was ich aber sicherlich sagen kann Die Aussagen in dem Video Waren alles andere als förderlich Und haben glaube ich Nicht dazu geführt Eine Mehrheit zu begeistern Ich denke mal Dass das Partizipieren von Tink In diesem Format Eigentlich ursprünglich Als Werbung für die Sache Gedacht war Und die Mission Ist wohl ziemlich fehlgeschlagen Ich belasse es jetzt aber auch Einfach mal bei dem Gestammel hier Bevor noch dem ein oder anderen Vor Augenrollen Die Gucktrichter aus den Socken fliegen Kommen wir zum letzten Hauptthema Eigentlich wollte ich noch Über RTL 2 reden Die gemeinsam mit dem Wendler Eine Dokusrobe geplant haben RTL 2 sagte dazu Dass man ja auch mal Die andere Seite von ihm beleuchten wollte Und nicht nur die Die berechtigt kritisiert wird Dass das bei Jemandem wie dem Wendler Ein Schuss in den Ofen war Das brauche ich niemandem hier erklären Was der Mann so vom Stapel gelassen hat Eieiei Von Todesprognosen Bis hin zu NS und KZ-Aussagen Die jegliche rote Linie Schon pünft Das Thema haben wir schon viel besprochen Da muss ich nicht mehr viel zu sagen Das hatte ich todesdumm Zum 800 Mal überschritten haben Ne Ihr wisst Bescheid RTL 2 hat nachdem sie dafür Medial geschlachtet wurden Die Soap-Planung verworfen Es soll jetzt erstmal um etwas anderes gehen Ich habe ein Video eines kleinen YouTubers gesehen Der über ein schweres Schicksal berichtet In dem Video hier berichtet ein junger Mann Über seine Diagnose Die ihm frisch gestellt wurde Leider Gottes ist er an Krebs erkrankt Und ich wünsche ihm wirklich alles Gute Und ganz viel Kraft Das möchte ich jetzt auch an der Stelle Hier zur Community Aufgabe machen Geht zu ihm rüber Muntert ihn auf Und lasst ihm wirklich Liebe da Vor allem müssen wir so eine Art Gegengewicht schaffen Ich bin offen Ey das ist cute Das ist sehr cute Ich hätte sich auch hier Schon mal bedankt Für die sehr vielen Negativen Für die sehr vielen positiven Kommentare Das ist sehr cute Deswegen Ich poste aus seinem Kanal Auch mal in meine Videobeschreibung Doch Nero das empfiehlt Kann ich das Sehr wahrscheinlich auch So weiter empfehlen Auch wenn ich jetzt bei Dem Videothema Eine andere Meinung war Aber ey Freunde Das war es mit der Reaction Auf die News von Nero Weil Nero macht die Tome auch News Bro Weil Arbeit so Wegen dir oder was Nein aber ich glaube Wir sind manchmal einfach Unterschiedlicher Meinung Das ist ja auch vollkommen okay Schau weiter Das ist noch wichtig Komm wir gucken Wir gucken noch weiter Wir gucken weiter Ich weiß aber noch nicht Ob ich es im Video drin lasse Und ehrlich Schockiert Was ich in den Kommentaren lesen musste Anstatt diesem jungen Mann Der in diesem Jungen Alter Schon so eine schwere Diagnose Mit sich tragen muss Ne Anstatt dass man dem Alle Kraft der Welt wünscht Werden ihm Zähne weg sind Sorry Vorwürfe gemacht Und es gibt Schuldzuweisung Und das nicht nur ein Zweimal Sondern wenn man auf Neueste Zuerst stellt Wirklich in Zu einem kolossalen Teil Und das nicht nur ein Hey was Zweimal Sondern wenn man Auf Neueste Hast du die Covid-Spritze bekommen Du hast dich bestimmt impfen lassen Es tut mir leid Es lohnt sich Es lohnt sich tatsächlich Sich auch nach Alternativen zu sehen Die starken Nebungen Der Chemo Können auch gefährlich sein Hast du die Covid-Spritze bekommen Hast du Corona Warum Warum Corona-Spritze Hä Warte mal Warte mal Was Nun wird sich Nun wird sich Ein jeder Auch die Frage stellen Welche Ursache Eine Erkrankung hat Und warum Gerade man selbst So einen Schicksal Erfährt Erstmal Krebs Kann random kommen Daher mal eine ganz dritte Frage Hast du dich gegen Corona impfen lassen Auch wenn der Gedanke unangenehm ist Sollte man über einen solchen möglichen Zusammenhang nachdenken Sag mal Sag mal Habt ihr sie doch alle Wollt ihr einen aufs Maul oder was Hä Was ist denn das für eine Scheiße Damit habe ich nicht gerechnet Ich dachte Nero macht ein bisschen Shoutouts Gibt ihm so Kraft Und ne Liebe Kommentare Aber was ist denn das hier Er stellt wirklich zu kolossalen Anteilen Ich lese mal ein paar Kommentare vor Hast du Corona-Spritzen bekommen Bist du geimpft und geboostert worden Hast du Covid-Spritzen bekommen Du hast dich bestimmt impfen lassen Und hey Such dir doch mal Alternativen Statt stärkeren Chemo-Mitteln Ich kriege irgendwie Sarah-Vibes hier so ein bisschen Vor allem in dem Video Ist nicht ein einziges Mal Das Wort Impfung gefallen Oder habe ich da einfach Irgendwas überhört Da ist ein junger Mann Der schwer erkrankt Und das wird jetzt dafür genutzt Eine politische Agenda Auf seinem Nacken zu grönen Sag mal Also Was so Die Körner Die Körner Die Körner Kommt Meine Scheiße Rückhandschäle bekommen Wirklich Was ist das für eine Scheiße Das ist so unbegreiflich Wirklich Was soll das Wie F***ing deplatziert Woher kommt überhaupt Der Zusammenhang zu Krebs Habe ich irgendein Hey das habe ich noch nie gehört Man bekommt Krebs Wie ein Corona Wie Habe ich irgendwas nicht mitbekommen Habe ich mein Dasein Als Patrick Star gefristet Der unter dem Stein lebt Wenn er jetzt erzählt hätte Dass er an etwas erkrankt ist Bei dem es gesicherten Zusammenhang gibt Von dem man weiß Okay dann Verstehe ich diese Kommentare Trotzdem wäre das ekelhaft An der Stelle Irgendwelche Schuldzuweisungen Zu machen Ne Völlig Generell Schuldzuweisung Wenn jemand krank ist Digga Wünscht ihm eine gute Besserung Halt dein Maul So WTF Was ist das für eine Scheiße Tetslos und epathielos So oder so Ich möchte diesem jungen Mann Hier einfach ganz viel Kraft wünschen Es tut mir unfassbar leid Und alles Gute Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik Viele haben sich gewünscht Dass ich in jeder News Was Positives einbringe Oder etwas das halt gute Laune macht Das wird auf jeden Fall auch umgesetzt Ich habe einige Vorschläge gesehen Die ich durchaus gut finde Unter anderem Kleinen YouTuber promoten Was auch gemacht wird Oder halt über Achievements Von anderen reden Bin ich auf jeden Fall bei Generell halt einfach Irgendwas Positives Ein Vorschlag hat mir übrigens Besonders gut gefallen Und den setzen wir heute Einfach mal um Die Katze der Woche Diese Woche gewinnt Zelda Ne Natürlich Zelda hat gewonnen Gewinnt meine eigene Iska Cute Die Maus muss leider im Moment Einiges durchmachen Wegen einer Infektion Die sie bei der Geburt Mitbekommen hat Die ist halt am Auge Und die macht immer wieder So ein wenig Theater Oh die arme Maus Ich fahre zur Zeit häufiger Mit ihr zu einem Tieraugenfacharzt Und die Kleine ist so tapfer Und macht das alles gut mit Die muss ja einfach gewinnen Ich musste ihr übrigens Einen Virustatiker kaufen Nämlich Famvir Was schätzt ihr Wie viel hat eine Packung Mit 21 Tabletten gekostet Für die Katze Bei guten Herstellern 400 Euro Boah was Naja auf jeden Fall Ist Zelda wann Alter ich dachte so 60 Ich bin tapfer Und damit entlasse ich euch Auch Oh Zelda ist tapfer Das Ja Für das Endthema Gibt es nochmal ein Like Für das Endthema Gibt es nochmal ein Like Ja Ja Bei dem Den Part hier Habe ich Vieles nicht so gefühlt Aber ist ja auch okay Man hat ja auch einfach Manchmal andere Meinungen Freunde Äh Ja weil Wie schon gesagt Ich finde diese Leeroy Mega Hass Kritik Die ist das Oh mein Gott Du lädst Einen JVA Deutschen Gegen Gefängnis Thailand und sowas Ein finde ich halt so Ja es ist halt Unterhaltungsvideo Warum wird das kritisiert Das check ich halt nicht so Aber schaut gerne bei Lero vorbei Lasst liebe Grüße da Falls ihr Kritik äußert Natürlich immer nur in net Äh ansonsten Abonnert gerne Kanal hier Für mehr Ja Reaction Videos und sowas Ne Ansonsten Haut rein Wir sehen uns Ja ne Jeden Tag auf meinem zweiten Kanal wieder Oder auf meinem Hauptkanal Jeden Samstag Oder auf meinem dritten Kanal Wann auch immer ich da hochlade Haut rein Tschüss